Ah, wow. Edel. War noch teils was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Nein, nein. Das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Ja, wenn man sich's leisten kann. Hm, hübsch. Der PC wird nicht mehr viel tun. Hier fehlt uns noch ein Code. Hm, mhm, mhm. Hm. Nebenan übers Baugerüst. Wär jetzt so meine Vermutung. Hm. Ja, ja. Ich vermisse Kaffee. Hm, hm. Kann ich verstehen. Aber... Hm. Lass mal hier hochgucken. Hier oben ist... Soweit nix. Da vorne sind Teile. Okay. Das sollte ohne Verletzungen gehen. Achtung, Ellie. Ich möchte noch mal die Teile holen. Ja, und dann müssten wir einfach nur hier hoch. Okay. Hopp. Nehmen wir wieder mit. Dann lehnen wir sie hier an. Und rauf mit uns. Und jetzt doch. Okay. Hm. Lass mich mal gucken. Vorsichtig. Ich möchte mal zuerst rüber gucken. Darf ich mal? Danke. Wenn ich es richtig gesehen habe, müsste man da vorne rüber kommen. Denn uns fehlt ja noch der Code für den Safe. Eigentlich könnte ich Licht anschalten. Ja. Hier kommen wir durch. Perfektestens. So, mag ich das. Sieh mir einen an. Was haben wir denn hier? 22, 10, 56. An alle Mitarbeiter. Die Kombination des Safes für Wertsachen der Gäste wurde geändert. Die neue Kombination ist 22, 10, 56. Dann wollen wir hier. Nein. Joel, bitte. Hier noch gucken. Ja. Hier kommen wir sonst eh nicht hoch. Kommen wir hier runter. Ja. Perfekt. 22, 10, 56. Dann wollen wir mal. 2, 22, 10, 56. Und, Sesam, öffne dich. Was haben wir denn hier Schönes? Munition. Sprengstoff. Kapitel 12b. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Oh, nice. Verstärken. Die Haltbarkeit einer Klinge zu erhöhen, kann sich als wichtiger weisen, wenn Ersatz nicht oder nur begrenzt verfügbar ist. Sehr schön. Das heißt... Ach, der Absaugschlauch. Okay. Okay, okay, okay. Und hier sind noch ein paar Teilchen. Die würde ich auch mitnehmen. Wow, 50. Okay, das hat sich schon ausgezahlt. Kommen wir hier drüber? Ja. Nein. Kommen wir hier drüber? Ja. Passt. Dann aber jetzt rauf mit uns, damit wir mal trockene Füße kriegen, wollte ich sagen. Ja, ja, Elli, ich komme schon. Bin schon da. Hat sich ausgezahlt. Dann... Wollen wir mal. Okay. Okay. Oh, Mist. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Fünf diese Wache. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Wir wollen seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Und wir bleiben auch gründlich. Huch. Das wollte ich. Okay, wie auch immer. Und... Oh. Gute Nacht. Oh, echt krass. Ach, du Scheiße. Bo! Du schnappst sie! Ach, Mist. Geh, Mist. Gab's da? Gab's da? Und schiss. Oh, verdammt. Verdammt. Er ist doch hier, Mann! Ach, echt? Du? Schlaf. Danke. Nehme ich auch mit. Ah, da ist ja mehr als genug los hier. Wer ist doch hier, Mann! Gut, dass sie Ellie nicht sehen. Und weg. Das ging ja gerade noch mal gut. Erstmal ein bisschen healen. Dann sind voll. Nee, ich warte noch. Sicherheitshalber. Nee, nee, er ist nicht hier drüben. Nee, nee. Was bildest du denn noch ein? Ah, da draußen ist jemand. Und weg. Guts Nachtle. Okay. Soweit sollte jetzt erstmal alles ruhig sein. Hoffe ich. Ja. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Deshalb würde ich mich erstmal gerne noch hier umsehen. Ob wir irgendwas übersehen oder vergessen haben. Natürlich jetzt, aber das macht nichts. Ellie, bitte. Eine Flasche. Nee, sonst ist auch nichts. Okay. Gut. Hier ist nur ein Raum zum Absuchen und Untersuchen und Durchsuchen. Aber hier ist genau gar nichts. Ah. Hm. Kommen wir hier weiter oder drüben? Hier sind auf jeden Fall wieder Gegner. Dann würde ich zuerst drüber gehen. Blubb. 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 Könnte durchaus sein, dass es hier im Hotel mehrere Wege gibt, voranzukommen. Aber hier war es, soweit ich das einschätzen kann, ruhig. Und ihr kennt mein Leiden. Ja, ich muss mich hier umsehen. Hier sind nur Zimmer. Okay. Okay. Okay, hier wären wir auch reingekommen. Sorry, Ellie. Verbarrikadiert, verbarrikadiert, verbarrikadiert. Eine Flasche. Ja, das war wohl nicht so überwältigend, was wir hier gefunden haben. Aber man weiß ja nie. Na, sieh mal einer an. Ducktape und Klinge. Ducktape. Uh. Ja, fragt mich nicht, wie lange euch das noch verfolgen wird. Ich nehme an, im nächsten Spiel wird es kein Ducktape mehr geben. Viele Bücher. Eine Flasche. Hm. Special Cola Automat. Okay. SJTP. Aha. Hier geht es anscheinend auch rauf. Sag ich ja, hier gibt es mehrere Wege entlang zu kommen. Dann wollen wir hier rauf, Ellie. Ja, oder? Ich schalte mal sicherheitshalber das Licht aus. Und gehe mal in der Hocke. So weit, so weit, so gut. Mhm. Mhm. So weit ruhig. Da hinten ist jemand, okay. 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 Ach, Joel, bitte, dreh dich nicht. Okay, er geht wieder, wie es aussieht. Sieht aus, er ist alleine. Ja, da weiter weg sind noch welche. Nein, 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 nein. Ja, da drüben sind mehrere sogar. Und. Schlaf. Gute Nacht. Was denn? Er schläft nur, Ellie. Er ist nicht tot. Ist das? Ein normaler, okay. Und Basie. Nein, mein Metallrohr ist besser. Hier geht es eh nicht weiter. Okay. Ähm, wenn ich gerade hier bin und etwas Ruhe habe, wollte ich noch gucken. Ah, ha, 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 ha. 2, 2. Sehr schön. Ja. Muss ich leider machen. Vor allem, da wir beim Messer eh voll sind. Third Floor. 301 bis 315. Kommst du zu mir, das wäre ganz lieb von du. Da hinten kommt noch jemand, aber der wird hoffentlich vorbeigehen. Ja, sehr schön. Dann können wir ihm, mit ihmchen hier, einen kleinen Spaziergang hinter die Wand machen, damit hier keiner auf blöde Ideen kommt. Was sagst du? Dann schlaf. 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 Irgendwo. Zwei Stück noch mindestens. SJTP. Okay, zwei Mann da hinten. Hier kommt niemand rein, sehr schön. Noch immer zwei da hinten. Ja. Schnapp sie! Hinter der Kommode! Sorry. Guck, guck. Au. Ich hab dich doch gesehen. Keine Scheiße da hinten. Das ist mal wieder ganz toll gelaufen. Sorry, Ali. Ich hab dich doch gesagt. Vielen Dank, Gü vest. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020